Die Geparden haben nicht die geringste Chance. Die Beute scheint den Hyänen nicht zu genügen. Sie haben es offenbar auf einen der Geparden abgesehen. Die beiden anderen Brüder werden nur verscheucht. Ihr ausgewähltes Opfer hingegen verfolgen die Hyänen weiter. Ein Verhalten, das kaum zuvor beobachtet wurde. Der Gepard ist wesentlich schneller, aber nicht lange. In seiner Not hat er etwas Ungewöhnliches gemacht. Er ist auf einem Baum geflüchtet, obwohl Geparden schlechte Kletterer sind. Die Hyänen scheinen ein wenig ratlos, der Gepard jedoch verzweifelt. Mit letzter Kraft schafft er es in die Krone. Der Gepard wird es erst nach Sonnenuntergang wagen, den Baum. Se Friend In dieser Not Reaper In dieser Notbring In dieser Not surface Nach emerged Se in dieser Notcheck Vielen Dank.